Herzlich willkommen zur Speedrunde von Famous Places. Hallo, Entschuldigung, erst mal volle Vorstellung. Wir sind Alex, wir sind Jakob, wir sind Mareike, wir sind Benni. Herzlich willkommen zurück zu Folge 4150. Wieder ein kleines Jubiläum, was wir erreicht haben. Los geht's, Singleplayer, 20 Sekunden, oh what the fuck, das ist doch in der, wo ist das nochmal, das ist doch hier in Israel, wo ist das, 10 Sekunden, 10 Sekunden, wo genau, ja da in Norden, Tel Aviv, es ist in Tel Aviv, nein, es war in China, der größte Schafsmarkt der Welt, es ist doch kein Schafsmarkt, es ist doch kein Schafsmarkt. Das war knapp, okay. So haben das keine Schafe? Mausoleum-Dings, das war doch dieses, ach das waren die, das waren die Tonkrieger. Genau, das waren die Tonkrieger, genau. Ich habe da drin Schafe gesehen. Nee, nee. Geh nochmal zurück. Kann ich nicht. Verdammt. Wir können nochmal ein, ein Replay machen. Ja. Achso, ja, doch. Ja. Das ist, dreh dich um, Friedrich. Ah, Lufre. Lufre, genau. Paris, Paris, da waren wir schon mal. Ja, Uuf, 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 Uuf. Rot-U-Fader-Zen, also die ... nee, weiter rein, weiter rein in die Innenstadt. No Frage 5 Sekunden. Weiter rein in die Innenstadt, mein Gott. Sorry. Ich bin so aufgegeben. Na 30 Meter ist okay. Ja, okay, super. Kilometer ist okay, ja. Ääh ... Oh Gott, ne Miniewelt. Es könnte echt Legoland sein. Miniatur irgendwas, machen wir Legoland. Äh, Dänemark. Ich weiß nicht genau, wo dann. Äh, aus... Irgendwo der Art, sowas. Das Legoland ist... Oh, yeah! Oh, da war ich schon mal. In der Kirche. Ja, ja, Nordfrankreich irgendwo war das, ne? Nordfrankreich? Ja, ich glaube. Ist das diese Burg an der Küste? Ich weiß nicht, da sind wir wirklich schon mal abgesetzt worden. Ja, da sind wir wahrscheinlich in... Äh, ich weiß nicht. Ja, in Belgien. Ne, es war Tschechien. Das ist eine Frage, ziemlich genau. Ah, verdammt. Und nochmal Akropolis, aber diesmal richtig. Akropolis, Griechenland, Athen, mitten in Athen drinnen. Auf diese Erhöhung... Äh, neun Sekunden. Noch näher ran. Da, da... Da. Ja. Und? 75 Meter, immer noch. Also, drei Punkte Abstand ist okay. Scheiße. Das war's schon. Kürzeste Folge ever. Also, besser war der hier, der Erste. Oh, schuldigung. Genau, Benni, sag auch noch was in dieser Folge. Hallo. War schön, oder? Ich bin Benni. Normal direkt, los geht's. Scheißegal. Im weißen Haus, weißes Haus. Alter, wieso kennst du dich da so aus? Boah, schuldigung. Jakob Weiner im früheren Leben Präsident. Ich... Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so, wenn ihr mich so drauf festnagt. Wo denn? Wo genau? Ja, was weiß ich? 25 Meter. Ah, Tonkrieger. China. Das war mittendrin irgendwo, einigermaßen so halböstlich irgendwo. Ja. Ja. Hier irgendwie so was. Oh, hab ich da Schafe gesehen gerade? Scheißegal. So. 9 Kilometer. Also, hier als groß. Die Stadt genauer getroffen, ey. Wie kann das sein? Richtig gut. So, das ist... Nee. Rechtsrum drehen und... Ist das Schluss gewesen? Ach du Scheiße. Kanada oder so? Niagara. Niagara, ja. Ach, das ist an der Grenze von USA zu Kanada, da bist du auf den falschen Ort. Ja. Wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Da! USA zu Kanada, weiter... Ja. 101 Kilometer, ja. Aber richtig erkannt. Das war richtig. Also 101, ja... Ein bisschen Stress gespielt. Das hätte ich nie erkannt. Ich hätte Stress. Grand Canyon. Ja. Colorado, äh... Richtig? Äh... Colorado, aber ein bisschen südlicher, ne? Wie Mexiko. Nee, nee, nee. Etwas nördlich, da ist Colorado. Ja. Grand Junction? Nee, was? Alles gut, wir haben noch 5 Sekunden. Wo musst du den erben? Hey! Öppig. Scheiße. Oh, fast! Der ist lang. National Park. Scheiße, ja. Egal. Letzte Runde, ähm... Oh Gott. Äh... Vietnam irgendwie, glaub ich. Oh, ja. Oh. Fuck! Wo war das? Werden wir überhaupt richtig gelegen? Okay, wir hatten sowieso null Punkte bekommen, sehe ich gerade. Das war auf Neuseeland. Das war Neuseeland. Ah, war das vielleicht Herr-der-Ringe-Kulisse oder so? Das kann sein, ja. Dass das deswegen sehenswürdig geil ist. Mann, wir können ja einmal rein. Das leckt hier ein bisschen rum. Leck. 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 So. Wir waren in Milf... Leider wird das... Milfford Sound. Wir waren in Milf. Das war... Das war... Das war Milfford Sound. Ja, wo immer wir waren. Egal. Gucken wir. 15.000. War das besser als letztes Mal? Äh... 14.000 hatten letztes Mal. Echt? Aber es gefällt mir, es macht Spaß. Ja, weiter. Noch einmal. Play it again. Okay, dann... Sind wir hier in... Äh... Nein. Dubai. Dubai, ja. Oder Abu Dhabi. Burj Khalifa. Ist der das? Ne, der ist so klein. Aber die... Die Schachtelung. Ja, wird ja gestaucht. Das stimmt. 2 Kilometer, läuft. Ja, ja. Läuft. Ja, stimmt. 2 Kilometer, läuft. Ja, ja. Läuft. Ich glaube, ja. Geh mal nach oben an die Decke. Masiaten? Aber man muss nichts heißen. Nein. Ach ja, genau. Geht ja nicht mit der Decke. Ähm... Das ist irgendeine hübsche Kirche hier. Das ist doch der... äh... Der Palastus Game of Thrones. Ähm... Was ist das? Dann ist es doch wohl... Wahrscheinlich... Rund. Fuck. Spanien, nicht schlecht. Okay. Schade. Ach so, okay. Das ist... Nochmal, Dubai. Ja, Dubai. Das ist... Ja. Muss ich wieder rein... Da, genau. Da, 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 da. Hier. Hier. Wir haben ein bisschen Zeit, um noch gucken, was das genau ist. Gott. Vielleicht das hier. Fuck. Das war... Schlechter als eben. Das war eher weiter oben, ja. Scheiße. Sydney, Opa. Boah. Das ist ein Stress hier. Das ist ein Stress hier. Äh... Der Hafengegend ist das. Da bei der... Bei der Brücke. Das Krollrad bleibt heiß. Da müsste irgendwo die Opa sein. Hier. 21, ja. Oh geil. Das war gut. Voll gut. Und... Pfff... Ja, irgendwas. Was ist das? Äh, Frankreich. Nordspanien. Oder Nordspanien. Ja, sowas. Der berühmte Stadt wahrscheinlich dann am besten, ne? Äh... San... Ne... Hierdings. Gibor. Santander. Santander. Lissabon. Ah, come on. 20 Punkte. Ja. 14.000, schon wieder. Oh. Das wird nicht besser. Ja. Das wird besser als beim letzten Mal. Aber so richtig geil ist es noch nicht, ne? Nee. Na gut. Vielleicht in der nächsten Folge noch mehr Speedrunden. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht machen wir da wieder eine entspannte Worldrunde. Ja. Eine Speedrunde zu machen. Ja, so wird der Kreislauf weitergehen. Ja. Wir sehen uns in Folge... Welche war das? 1450? Das war... Ich hab's vergessen, ehrlich gesagt. 1450, glaube ich. Ihr seht's ja. Was das jetzt für eine Folge war? Ja, 1450. 137? Nee, 1450. Die war doch schon vor 900. Ja, eben. Also, wir sehen uns nächstes Mal zu Folge 2318. 2318? Alles klar. Muss ich mir merken. Okay. Das war in Folge 137. Tschöö. Tschöö. Tschöööööööööö